Alvitra, die Dachmarke. In diesem Video zeigen wir Ihnen den Einbau von Alvitra Aufsetzkränzen, Lichtkuppeln und dem Deluxe Window. Zuerst wird der Aufsetzkranz hier vom Typ 1600 mit werkseitig vormontierter Anschlussmanschette aufgesetzt und durch Einmessen auf der Dachöffnung vermittelt. Nun die Schutzfolie entfernen. Die Anschlussmanschette anheben, um die Befestigungsabstände einzuzeichnen. Die Schrauben werden später auf der vertieften Linie platziert, hier rot hervorgehoben. Der erste Punkt wird 75 mm vom Schnittpunkt der Linien angezeichnet und das auf allen Seiten. Die weiteren Punkte werden gleichmäßig verteilt, wobei der Befestigerabstand zueinander maximal 30 cm betragen darf. In unserem Fall sind das dann 26,5 cm. Je nach wird der Alvitra Aufsetzkranz gemäß der eingemessenen Punkte mit geeigneten Schrauben befestigt. Dann kann mit dem Dichtschweißen der Manschette begonnen werden. Hierbei beginnen wir an den Seiten und heften dazu die Ecken nach oben an. Nun mit dem Heißluftfön an die Kante des Aufsetzkranzes gehen und mit dem Finger andrücken. Dann kann der vordere Bereich umlaufend dicht geschweißt werden. Nur die geheftete Ecke lösen und für die zweite Seite umklappen und wieder anheften. Dann wie zuvor erst den Rand des Anschlusskranzes mit dem Finger fügen und abschließend die Manschette dicht schweißen. Es folgt die Ecke selbst, wobei die darunterliegenden Nahtbereiche abgeschrägt und dann wieder erst am Rand des Aufsetzkranzes angeschweißt. Dann die gesamte Ecke dicht geschweißt wird. Auf den Alvitra Aufsetzkranz können nun verschiedene Aufsätze montiert werden. Die Alvitra Lichtkuppel mit und ohne Lüfterrahmen, das Brakel Greenlight oder Greenlight Triple oder beispielsweise auch das Alvitra Deluxe Window, hier noch ohne montierte Lichtkuppel. Das Window einfach in die montierten Scharniere einhängen und schließen. Nun muss noch eine mindestens einschalige Alvitra Lichtkuppel darauf montiert werden. Hierzu die Kuppel aufsetzen, ausmitteln und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen, wie hier auf dem Deluxe Window. Bei der Montage direkt auf dem Aufsetzkranz erfolgt dies allerdings auch analog. Es kommen zur Befestigung je nach Ausführung Sicherheitsschrauben zum Einsatz, die nicht mehr herausgedreht werden können. Nun noch die kleine Abdeckkappe und die große Abdeckkappe einsetzen bzw. einrasten. Sehen Sie auch unser Video zum Vergleich der Montage von Alvitra Aufsetzkränzen mit und ohne werkseitig vormontierter Anschlussmanschette.